Hi Alek, grüß dich. Mein Ball war schlecht. Ah! Tor ist Tor! Ich habe Thomas Müller getroffen. Wir haben ganz viele Challenges gegeneinander gemacht. Aber eine Sache wird heute erklärt. Wer von uns beiden hat mehr Trau vom Ball? Und am Ende der ganzen Nummer werden wir nochmal die Schussfertigkeiten unseres Yannicks. Da muss ich ordentlich nachlegen. Überprüfen. Aber wir probieren es aus. Leute, ihr wisst, ich kann nicht schießen. Das ist schon mal eine geile Aussage. Da bin ich gespannt. Gegen Thomas Müller muss ich alles geben. Soviel steht fest. Erstmal haben wir aber mit meiner Kategorie den Freestyle-Tricks gestartet. Ich sehe da Potenzial, Thomas. Danke, er ist sehr gnädig mit mir. Schaffst du es nach innen auf? Ja, theoretisch. Ohohoho. Double. Okay, okay. Ja, okay. Hey, viel besser geht es nicht. Also bei mir. Ja, den haben wir vorher einstudiert. Das habe ich ihm alles vorher gezeigt, wie das geht. Studiert. Ja, Freunde, und so sah das dann aus. Respekt auch an Thomas. Schaut mal, jetzt erkläre ich euch einen Trick, den könnt ihr auch alle zu Hause probieren. Wie ein Skispringer, wenn der gerade abspringt. So ein bisschen in die Hocke gehen. Vorne den Kopf hoch. Ball in den Nacken und dann die Arme hinten hochziehen. So. Ja. Guck mal hier. Start. Ich muss probieren, so abzufernen. Ja, dass er nicht springt. Ne, also meilenweit entfernt, oder? Also der lobt mich ja für jeden kleinen Ding. Leute, ihr wisst Bescheid, immer weiter. Immer weiter ist mein Motto. Das stimmt. Auch von den Bayern, immer weiter. Ja. Das verbindet uns, das verbindet uns. Okay, Leute, also das war's dann. Wer zuerst drei Fehler hat, der kriegt einen Schnipser. Der kriegt einen Schnipser. Oh, jetzt. Ihr seht schon, wir starten also mit der ersten richtigen Challenge. Immer zwei Kontakte, nicht mit dem Knie, nicht mit dem Kopf. Oh, shit. Das war Oberschenkel. Oberschenkel, ein Fehler für Yannick Freestyle. The Machine. Ich geb dir einen kleinen Vorsprung. Attackieren, also. Ja, okay, den nehm ich auf mich. Man merkt auf jeden Fall, Thomas macht das nicht zum ersten Mal. Das war der sogenannte Müllersche Doppler. 1-1, wir sind wieder back im Game. Jetzt spulen wir nochmal zurück. Spulen wir nochmal zurück. Oberschenkel und Kopf sind nicht erlaubt. Jetzt spulen wir mal wieder vor. War da ein Kopfball dabei. Wallah, Krise. 2-2, der letzte Fehler entscheidet. Golden Goal, okay. Aber jetzt war auch kein guter Ball von mir. Okay, ich schnipp's zuerst. Aber du darfst auch, weil mein Ball war echt schlecht. Ich darf auch. Mein Ball war echt schlecht. Ah! Thomas Müller verletzt. Alles gut. Das war gut. Jetzt gibt es eine kleine Challenge für mich. Er wird mir drei Tricks zeigen. Natürlich unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Und ich versuche das Ganze nachzumachen. Ich würde sagen mit dem einfachen anfangen. Mit dem allereinfachsten. Schwung und fangen. Ja, okay. Das ist natürlich jetzt schon. Wir fangen easy an, Thomas. Ja, sehr gut. Zack. Ich glaube, der erste war viel zu einfach viel. Deswegen habe ich ihm dann den Crossover gezeigt. Oh, das war er. Stark. Das sollte er gewesen sein. Ah, nochmal. Ah, nochmal. Ja, dass es kein Glück war, natürlich. Oh. Okay, stark. Level 2 auch bestanden. Jetzt fliegen wir ein bisschen. Bei dem sieht das immer so leicht aus. Ja, der war nice. So, und dann gehst du hier mit links. So, genau. Bam. Und hier kippst du dann so hoch. Komm, komm, komm. Oh, der ist knapp. Ja, okay. An dem bin ich gescheitert. Aber Respekt, Respekt. Also wenn du ein bisschen übst, kriegst du es hin. Dann habe ich Thomas natürlich noch mein berühmtes Latten-Jonglieren gezeigt. Atmen nicht vergessen. Ja, man merkt, er trainiert echt viel mit dem Ball. Aber so ein bisschen die Muck ist er oben rum. Ah, komm. Ich will dich gleich sehen, Thomas. Zeit sei soweit. Ich brauche dann schon einen Ball. Hast du? Ja. 1-0. Tor ist Tor. Ein kleines Latten-Schießen. Oh, der hat geschliffen. Der hat geschliffen. Der hat geschliffen. 100 Prozent. War das der Wind? Der hat geschliffen. Ja, ein Punkt für dich. Oh mein Gott. Der Hochklassik. Der trifft ja echt First-Tray richtig Latte. Respekt. Ein bisschen was kann er schon gehen. Der macht hier ein bisschen Spaß. Der macht ja komplett ernst hier, der Thomas. Oh, shit. Der ist es auch nicht. Ja, okay. Oh, aber... Der war doch von der Schusstechnik her gar nicht so verkehrt. Ja. War halt wieder vorbei, wie man es kennt von mir. Das stimmt. Dann mache ich das Ding jetzt zu. Geh weiter, du! Nein! Oh, nee! Der knappes Ding, du. Jetzt habe ich auch noch Pech. Oh, nee. Also 2-1 für mich, aber du bist immer noch im Spiel. Ich habe schon gerade echt gezittert. Du weißt gar nicht, was zu zittern ist, wenn du da gleich nochmal... Ja, dann zitterst du. Ist doch fest. Okay, komm. Oh, nein! Willst du zuschauen oder wegschauen? Ah! Das gibt es doch nicht. Das ist doch... Ah! Dieses Geräusch. Kling! Thomas, war schön mit dir. Ja, war schön. Ich glaube, wir sehen uns dann im nächsten Mal. Also wenigstens habe ich einmal die Lotte getroffen. Aber jetzt gibt es Arschbolzen. Schön stabil bleiben. Spann an die Kiste. Schade. Aber er war mutig. Janik Freestyle, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Einer habe ich die Latte getroffen. Ja, aber du hast gut angefangen. Aber du hast hier natürlich abgeliefert, ne? Du bist ein bisschen übermütig. Mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Passt. Passt. Besser geht es nicht. Besser geht... Doch, ich hätte gewinnen können. Das gefällt mir. Wir sehen uns. Deine Ehrgeiz gefällt mir. Ein guter Junge ist. Ein guter Junge. Dann habe ich noch meinen Janik Freestyle Ball von Thomas unterschreiben lassen. Und den könnt ihr nämlich jetzt bei mir auf Instagram gewinnen. Checkt ihr meinen neuesten Beitrag ab, macht mit und ich schicke euch den Ball zu. So Freunde, das war es jetzt auf jeden Fall mit der Challenge mit Thomas Müller. Freestyle war gut. Hast du auch ordentlich was rausgehauen? Ich konnte Gott sei Dank bei meiner Challenge dann zurückschlagen. Ich wollte eigentlich gar nicht drauf eingehen. Leute, ihr wisst, ich kann nicht so gut schießen. Thomas hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke. War mir wirklich eine Ehre mit dir hier zu drehen. Und genau, checkt gerne Thomas Müller ab. Wisst ihr, denke ich, kennt ihr sowieso alle überall. Instagram, YouTube. Ihr wisst Bescheid. Und genau. Like nicht vergessen. Haut rein. Peace. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.